Ein herzliches Willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider auf Tödliche Obsession, also auf sehr, sehr schwer oder sehr schwer oder extrem schwer, wie man es nennen mag. Wir sind hier bei der Prüfung des Adlers und sind knapp den Tod entrungen, zum Glück, und verbinden jetzt diese Sachen hier. Im Sinne von Funktion, ja. Im Sinne von Überleben, nein. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich muss dann noch höher, ne? Oh. Ich muss auf Hüpfeln drücken, um hochzuklettern. Koffer einziehen. Okay. Oh, Glückwart. Aber das war es ja noch lange nicht, bis ich ganz da oben bin, es dauert. Oh mein Gott. Die geht noch nicht. Okay. Das Spiel ist echt gemein. Mehr Segel. Mehr Segel. Nochmal drei Stück, ja. Hier gibt's zu viel Abgrund. Bewegt sich hier was? Ah, da ist das Ding. Ne, es bewegt sich nicht. Da ist es. Da muss ich hin. Oh mein Gott. Hier war meine Freundin gestorben. Können wir vielleicht auch klettern? Ne, können wir nicht. Geh, 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 geh. Oh, okay. Ich glaube, ich werde mich dermaßen vor einem Freund und erst mal einen Drink genießen, wenn ich hier verdurch bin, ey. Okay. Wird nicht rot, also keine Aufgabe. over. Look. Was ist das? Was ist das? Das könnte klappen. Ja, das hält. Sehr schön. Das Tor geht zeitlich gesehen wieder zu. Ja, man hat ja leicht gesehen, das Ding hier ging immer weiter zurück. Und dann wäre das Tor wieder zugefallen, bevor ich das hier hätte verbinden können. Wie gesagt, ich kenne es ja schon, da hatte ich es meine Freundin, dass es meine Freundin hier auch als Erste das Spiel durchspielen möchte. Und ich respektiere natürlich ihren Wunsch. Deswegen kenne ich natürlich auch alles schon. Allerdings hat sie natürlich auch noch nicht alles gefunden. Und ich hätte jetzt so gesehen auch noch nicht. Oh, Entschuldigung. Ich sollte jetzt dagegen springen, wenn es hängt. Okay. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Ja, toll. Ach so, die Dinger gehen nur bis hierhin ungefähr. Oder? Ja. Nein. Ich habe es geahnt. Ah. Mal schauen, wo wir anfangen. Ja, das war mir so klar. Scheiße, alles nochmal. Brrr. Ich sammle das jetzt nochmal ein, speichere dann und dann, äh... Ich schneide, das dauert sonst zu lange. Ich weiß nicht, wie oft ich noch sterben werde. Falls ich öfter sterben werde, die Tote werde ich natürlich drin lassen. So wie bei Evil, wo wir sind und dann sehen wir uns wieder auf jeden Fall. Und spätestens nach da, wo ich eben gerade gestorben bin, mache ich logischerweise wieder Aufnahme. So, also gespeichert und, äh... Wie gesagt, ich werde ab hier schneiden und dann sehen wir uns wieder, wenn es hoffentlich weitergeht. Auf jeden Fall, bis dahin. Tschüss. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Und da bin ich wieder. Wir haben wieder unseren Fähigkeitspunkt und wir haben die Segel gerade hier wieder entfaltet. Und ich habe gerade gesehen, hier ging es da runter. Und hier ist sogar was versteckt. Was haben wir denn hier? Bittlich darstellen, alle Sprichworts. Okay. Verweilen sich die Gäste an den Würmer oder das Essen? Aber ein ganz gutes Sprichwort eigentlich. Warum soll man seinen Gästen irgendwie schlechtes Essen geben, statt gutes Essen? Und das Gute-Essen verkommt dann nur. So, wir sind wieder hier. Und ich habe nicht wirklich Lust darauf. Aber gut, wir versuchen es. Auf geht's. Okay. Oh mein Gott. Was? Das gibt's nicht. Hm. Also, bis gleich. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Da sind wir wieder. Oh mein Gott, ey. Ich muss da dann hoch. Oh. Wie fehlt ein so'n Ding? Jawoll. Jawoll. Dann wollen wir mal weiter. Oh mein Gott. Hoffentlich sterbe ich nicht noch einmal. Weil, wie gesagt, die meisten Tote habe ich durchs Klettern. Juhu. Ich bin ja total angespannt, wenn ich hüpfen muss oder so beim Klettern. Keine Ahnung. Ich bin total am Ende dann. Das doof ist, wir sind hier noch nicht fertig. Achso. Ich finde das ja schon geil gemacht. Das ist echt cool, aber... Ist so ärgerlich, wenn man stirbt. Ich hab's gleich. Ich hab's gleich. Nein! Oh! Ja! 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 Äh. Okay. Oh mein Gott. Ich hab's. Von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Brrrr. Unfassbar. Ich hab's geschafft. Geht's dir irgendwo sonst noch wohin? Nö, ne? Ne. Nein. Ich darf da jetzt hinspringen, oder was? Ihr seid doch verrückt. Doch nicht geschafft. Okay. Okay. Wenn ich jetzt nur wüsste, wo ich lang bist. Ah ja, okay. Oh, fuck you. Entschuldigung. Vorsichtig. Wir warten nochmal. Halt dich fest, Lever. Weh, du stürzt ab. Okay. Oh. Jonah, die Adlerprüfung ist erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Werden hier Räucherwerk angemacht. Oh mein Gott. Was für eine Welt. Oder was für eine Prüfung. Wie auch immer. Da geht's wohl weiter. Oh, was haben wir denn hier? Vier von vier. Juhu. Was haben wir denn hier? Ein in zwei unterschiedlichen Stellen gearbeitetes Wandbild. Goldene Zeiten. Okay. Ist auch schon wieder ein Tote. Was machen denn ständig die ganzen Toten hier? Ich vermisse die Indianer aus dem Nordkontinent in Amerika, ey. Die haben ihren Tod wenigstens verbrannt. Außer es waren Gefangene. Denke ich mal. Bitte, geh ein Lager. Ich brauche ein Lager. Wenn es kein Lager mehr gibt, dann kündige ich. Wie es aussieht, gibt es noch kein Lager. Da geht's weiter. Schauen wir erstmal, ob wir hier Ischen was finden. Vielleicht ein bisschen Erz oder so. R2-D2. Kein Erz hier unten. Hier unten gibt es wohl generell nichts. Okay. Wie langweilig. Kann mir ja gar nichts übersehen. Wo geht's hier hin? Ich glaube nur wieder da hin, wo ich hergekommen bin. Ja, ist der Weg zurück. Okay, also da brauche ich wohl doch nicht hin. Ich habe nur gedacht, hier gäbe es vielleicht ein Überlegungsversteck. Aber hier ist wohl auch nichts. Okay. Ihr seid doch verrückt. Ich brauche ein Lager. Wie soll ich da jemals lebend durchkommen, ey? Klettern und klettern und klettern. Das begleitet uns noch das ganze Spiel. So langsam vermisse ich die leichteren eingestellten Spielstände. Immerhin speichert dann das Spiel nicht mehr automatisch. Und man fängt immer eigentlich meistens hauptsächlich da an, wo man gestorben ist. Davon kann ich hier nichts sehen. Dahin könnte man auch noch hin. Da muss ich auch bestimmt hin. Ich weiß es nicht. Ja, da muss ich sehr wahrscheinlich hin. Schon doof. Wo bin ich denn hier? Ich kann ja hoffentlich wieder zurück, oder? Ich hoffe es doch mal. Wenn ich da vorhin durchgepasst habe, dann werde ich da andersweit bestimmt auch durchpassen. Der Blick von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Ara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt! Der Blick ist wirklich fantastisch, ja. Hier gab es Holz. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Es wurde immer noch voll. Da ist ein Lager! Ja, wunderbar. Weißbar ist ein Küpo-Ausblick. Küb, küb. Erstmal speichern. Sammelobjekt in der aktuellen Region. 145. Die haben ja wohl einen Astab. Trinken sie eh im Sprung, um mit der Hagenass über die Klüfte zu schwingen. Na, wunderbar. Das wird auch eine neue Herausforderung. Hallo, Kamera? Was war der Mist? Lass mich hier ruhen. So, es hat gespeichert. Das heißt, wir gehen jetzt erst nochmal hier hinter. Ich will schauen, wo es da oben hingeht. Wir haben eigentlich alles gefunden. Vier von vier. Oder ist es nur der Rückweg? Rückweg kann ich ja von hier aus beobachten. Ich nehme es mal an, dass es nur der Rückweg ist, weil weiter nach oben geht es nicht. Okay, dann brauchen wir das eigentlich gar nicht zu testen. Sehr gut, okay. Und wie gesagt, wir haben ja sowieso viel von vier Sachen gesammelt. Also von daher nehme ich mal an, alles in schwerer Ordnung. Okay. Haben wir hier noch was? Nö, ne? Okay. Dann gehen wir nochmal hier hin. Einfach nur zum Benden des Spiels. Also, ne? Des Teils. Wir sind ungefähr bei der Aufnahmezeit angekommen. Über 20 Minuten ungefähr. Und ja, also ich muss ja noch schneiden. Und dann sehen wir uns heute beim nächsten Teil wieder. Hoffentlich nicht mal so viel sterben, aber das sieht scheiße aus. Mal gucken. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, Kletteraktionen und sowas, da sterbe ich am meisten. In diesem Spiel scheinbar. Ich hoffe, ihr seid trotzdem mit dabei. Und, ähm, seid da nicht zu sehr enttäuscht. Ähm, hinterlassen bitte noch einen Daumen oben, wenn es euch so weit gefallen hat. Und wenn ihr neu seid, könnt ihr mich auch abonnieren. Und dann sehen wir weiter, wie ich weiterkomme. Ich hoffe, wie gesagt, ihr seid beim nächsten Teil dabei. Beziehungsweise auch bei meinen anderen Let's Plays. Das war Shatter of the Tomb Raider auf tödliche Obsessen. Obsessen? Obsession. Auf sehr schwer mit mir von Neuer Gameplay als Hobby. Ja. Bis denn. Und tschüss. 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 Tschüss.